So, heute spazieren wir an der Leine und zwar an der Doppelleine. Das ist gar nicht so einfach. Und überall sind Ablenkungen. Ja, kommt weiter. Bibis. Kommt. Komm, Da Vinci. Dina. Prima. Herr Fein macht dir das. Oh, so schnell. Nach Hause geht es schneller als von zu Hause weg. Und wieder eine Ablenkung. Hier hat jemand was gezeichnet. Und hier riecht es so gut. Babys. Weiter geht's. Hallo. Dina, Da Vinci. Komm. Kommt. Na komm. Hier lang. Warte, warte. Na komm. Da Vinci. Nach Hause. Na komm. Ja Fein. Prima. Wisst ihr, wo ihr lang müsst? Ja, das ist seltsam. Hunde wissen immer, wo es lang geht. Oh, da hören wir schon die Ducati. Die konnte ich nicht mitnehmen. Da geht's lang. Ja Fein. Ja Prima. Jetzt holen wir die Ducati. Jetzt hilarious. Warte. Bis zum nächsten Mal.